Ich bin Kathrin Koyels, Marketingverantwortliche bei der Eigenmann AG in Wittenbach. Seit Jahrzehnten bietet unser Unternehmen umfassende Lösungen im Bereich Gebäudehülle und Haustechnik mit hochzufriedenen Kunden. Wir möchten den Interessierten einen Einblick geben in unsere tägliche Arbeit. Und bei meiner Teilnahme am Workshop Filmen mit dem Smartphone im ROZ in Gossau habe ich das Rüstzeug dazu bekommen, um schnell, einfach und nur mit meinem Handy solche Videos zu produzieren. Ich kann den Workshop auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Er war sehr lehrreich und auch unterhaltsam und er bietet jedem KMU extremen Mehrwert für einen sehr fairen Preis.